Hör auf dein Herz. Liebe Zuschauer, Lärm ist unangenehm und nervt, das ist ganz klar. Ob Lärm tatsächlich aber auch einen beinharten Risikofaktor für unsere Gesundheit, insbesondere für Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt, das ist in den letzten Jahren intensiver untersucht worden. Letztlich geht man mittlerweile davon aus, dass Lärm seine gesundheitsschädlichen Auswirkungen durch eine Stressreaktion vermittelt. Stress regt ja den aktivierenden Anteil unseres unterbewussten Nervensystems, den sogenannten Sympathikus, an und ruft so permanente Veränderungen in unserem Körper, zum Beispiel in unserem Herz-Kreislauf-System und in unserem Stoffwechsel hervor. Und diese können dann die Entwicklung von Bluthochdruck, Arteriosklerose und weiteren Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern. Lärm bewirkt zum Beispiel über vermehrt ausgestattete Stresshormone wie Cortisol eine ungünstige Veränderung der Blutfette und einen Blutdruckanstieg und wirkt dadurch auf Dauer Arteriosklerose fördernd. Zahlreiche Lärmstudien zeigen ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und Herzinfarkte durch Lärmbelastung, vor allen Dingen durch Verkehrslärm. Der Verkehr stellt die verbreitetste Quelle für Lärm dar und verursacht somit die größte Belastung für unsere Gesundheit. Etwa 40 Prozent der europäischen Bevölkerung ist Verkehrslärmpegeln über 55 Dezibel ausgesetzt, etwa 20 bis 30 Prozent sogar mehr als 65 Dezibel am Tag beziehungsweise 55 Dezibel in der Nacht. Und für diese Lärmstufen konnten Studien zeigen, dass ein Zusammenhang besteht zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen und dem Auftreten der Zuckerkrankheit, dem Diabetes mellitus. Große Meta-Analysen, also Auswertungen von gleich mehreren großen relevanten Studien, konnten pro 10 Dezibel erhöhtem Dauergeräuschpegel eine Risikozunahme von 6 bis 8 Prozent für die koronare Herzkrankheit durch Verkehrslärm zeigen. Straßenverkehrslärm stellt somit in der Liste der wichtigsten Umweltrisikofaktoren gleich hinter dem Feinstaub. Besonders ungünstig wirkt sich Lärm während des Schlafes aus. Hier sollte ja normalerweise der für Ruhe und Auszeit zuständige Teil des unterbewussten Nervensystems, der sogenannte Parasympathikus, die Oberhand haben. Durch Lärm entstehen aber dann nächtliche Arousals, also unbewusste Weckreaktionen, die die Parasympathikusaktivität stören und das Stresslevel insgesamt dann wieder anheben. Gewöhnung an diesen nächtlichen Lärm findet hierbei leider nicht statt. Ende 2015 hat eine große Studie, die Nora-Studie, für Aufsehen gesorgt. Lärm durch Flugzeuge und Verkehr hatte sich nach dieser Studie weitaus weniger deutlich auf das Herz-Kreislauf-Risiko ausgewirkt, als das in den vorausgegangenen vergleichbaren Analysen der Fall war. Allerdings wurde diese Studie mittlerweile von vielen Spezialisten angezweifelt, nicht zuletzt auch wegen der interessanten Auswahl der Sponsoren dieser Studie, nämlich Luftverkehrsgesellschaften und dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport, der natürlich nach Veröffentlichung dieser Studie erfreut von nur minimalen Gesundheitsrisiken durch Lärm sprechen konnte. Interessant ist nun, dass die schädlichen Gesundheitsfolgen von Lärm nicht dem sonst wie bei vielen anderen Risikofaktoren üblichen Dosis-Wirkungsprinzip folgen. Das heißt, es ist nicht einfach nur die absolute Lautstärke, welche die unerwünschten Wirkungen verursacht, sondern vor allen Dingen auch die individuelle Situation und die Aktivität, die durch den Lärm gestört wird. Eine Lärmbelastung von zum Beispiel 110 Dezibel während eines Rockkonzertes der Lieblingsband kann einen geringeren Effekt verursachen als 65 Dezibel, wenn man gerade versucht, geistig angeschränkt zu arbeiten oder sogar nur 50 Dezibel, wenn man schläft bzw. schlafen möchte. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich wohne in der Einflugschneise eines großen Berliner Flughafens. Liebe Zuschauer, wir fassen zusammen. Dauerhafter Lärm erzeugt Stress und dauerhafter Stress macht uns krank. Wir sollten also Lärm als bedeutenden Risikofaktor ernst nehmen und uns vor Dauerlärm so gut es irgendwie geht schützen, indem wir zum Beispiel Lärmschutz am Arbeitsplatz konsequent einfordern, laute Umgebungen auf Dauer, falls möglich, meiden oder uns zumindest entsprechend schützen. Ich zum Beispiel schlafe jetzt jede Nacht mit diesen Ohrstöpseln. Nicht sehr sexy, aber effektiv. Meine Damen und Herren, das war es schon wieder mit dieser Folge Dr. Hard. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein bestätigendes Like. Empfehlen Sie mich weiter an Familie, Freunde und Bekannte. Schauen Sie mal auf meiner Webseite vorbei, abonnieren Sie mich auf YouTube und ganz, ganz wichtig, bleiben Sie gesund und hören Sie auf Ihr Herz.